Hi Leute, heute reden wir über das Thema Inflation. Das betrifft uns alle, wir merken es täglich und wir wollen uns heute mal anschauen, was ist denn Inflation überhaupt und welche Arten gibt es. Erstmal zur Definition, Inflation bedeutet so viel wie aufblähen, kommt aus dem Lateinischen und es ist nichts anderes als ein anhaltender Prozess der Geldentwertung. Da steckt das Wort Geld drin und da steckt das Wort Wertung, also Entwertung drin und das heißt einfach, das Geld wird weniger wert. Geldentwertung. Stellt euch vor, ihr wollt euch für 1 Euro Cola kaufen. Ihr kriegt für 1 Euro 2 Dosen Cola, also eine Cola kostet 50 Cent. 1 Euro 2 Dosen Cola. Und jetzt haben wir durch die Inflation einen Kaufkraftverlust, das heißt ihr bekommt für 1 Euro nicht mehr 2 Dosen Cola, sondern nur noch eine Dose Cola. Das heißt hier, Inflation ist so krass gestiegen, also um 100 Prozent, dass ich quasi für meinen Euro jetzt nicht mehr 2 Dosen Cola, sondern nur noch eine Dose Cola bekomme. Ich müsste für 2 Dosen Cola 2 Euro bezahlen, so weit, so gut. Aber Inflation macht sich natürlich nicht nur an einem Produkt, an der Cola fest, sondern wir schauen uns dafür einen kompletten Warenkorb an. Man spricht hier vom Verbraucherpreisindex. Stellt euch einfach vor, wir haben einen großen Einkaufswagen und da kommt alles rein, was ich so fürs tägliche Leben brauche. Also von Lebensmitteln, aber natürlich auch Kosmetikartikel oder auch Sprit, Benzin, Energiekosten. Ich muss ja auch im Winter meine Heizung bezahlen, ich will auch mal mir einen Fernseher kaufen. All das so vom Durchschnittsbürger kommt quasi in diesen Warenkorb rein und der kostet natürlich Geld. Und dann gucke ich mir im nächsten Monat an, was kostet genau derselbe Warenkorb mit genau dieselben Artikeln und stelle fest, oh, der ist teurer geworden. Und dann spricht man von Inflation und in Deutschland oder auch weltweit, habt ihr mitbekommen, in den letzten Jahren ist die Inflationsrate gestiegen. Und wir sehen hier VPI, also dieser Verbraucherpreisindex, diese braune Kurve, ist ein leichter Anstieg, zum Schluss im letzten Jahr immer ein bisschen stärker. Aber vor allem sind die Energiekosten, die die rote Kurve und auch Nahrungsmittel, also Lebensmittel, die gelbe Kurve gestiegen. Und das merken wir auch, wenn wir in den Supermarkt gehen, merkt ihr auch, okay, es ist alles irgendwie ein bisschen teurer geworden oder auch an der Tankstelle. Gut, das dazu. Also Inflation, wisst ihr jetzt, was das ist, aber es gibt noch verschiedene Arten der Inflation. Inflation können wir nach der äußeren Erscheinung unterteilen, wir können es aber auch nach der Geschwindigkeit unterscheiden und nach den Ursachen. Bevor wir aber da in die Tiefe gehen, habe ich eine kleine Bitte, Leute, über 80% meiner Zuschauer sind Nutzer ohne Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Kostet nichts, ein Klick und ihr macht mich damit glücklich. Danke dafür an der Stelle. So, jetzt geht es weiter mit dem Video. Also, Arten der Inflation, wir fangen mal an mit der äußeren Erscheinung. Es gibt einmal die offene Inflation und die verdeckte Inflation. Die offene ist eigentlich klar, so ein bisschen wie bei den Mängelarten, ein offener Mangel. Ich kann das direkt erkennen. Ja, also ich, klar, ich gehe in den Supermarkt und sehe am Preis, oh, ist teurer geworden. Es ist offensichtlich, es ist eine offene Inflation. Die verdeckte Inflation ist nicht sofort erkennbar und oftmals ist das eine, spricht man hier auch von zurückgestauter Inflation. Jetzt fragt ihr euch, was ist das denn? Ja, das ist, wenn der Staat quasi den Preis festlegt und sagt, ja, die Schokolade, die darf jetzt nur noch 50 Cent kosten, Höchstpreise. Ja, und klingt für uns Verbraucher erstmal ganz toll. Aber ihr könnt euch vorstellen, das ist auch mit gewissen Nachteilen verbunden. Denn erstmal, warum sollte, wenn es so Höchstpreise geht, warum sollten die Unternehmen überhaupt dann noch Ware produzieren? Wenn sie vielleicht dann sagen, okay, ich mache überhaupt keinen Gewinn mehr, sogar vielleicht einen Verlust zu diesen Preisen kann ich nicht mehr produzieren. Man hat das gemerkt bei Apotheken beim Fiebersaft. Auch da gibt es in dieser Branche auch festgelegte Höchstpreise für Fiebersäfte und da haben sich viele Unternehmen gesagt, zu den Kosten kann ich das nicht mehr produzieren. Und deswegen gab es da einen richtigen Mangel auch an Medikamenten. Dann gibt es auch noch die Gefahr des Schwarzmarkts. Also, dass sich Schwarzmärkte bilden und dass da zu inflationären Preisen, deswegen auch zurückgestauten Inflation, dass sich da quasi ein separater Markt bildet. Und auch wenn diese Preise, die Höchstpreise wieder aufgehoben werden, da gibt es vielleicht auch eine Preisexplosion. Also, verdeckte Inflation, wisst ihr jetzt auch, was das ist. So, machen wir weiter mit der sogenannten Shrinkflation. Shrinkflation, also Shrink heißt schrumpfen, kommt aus dem Englischen. Und das Phänomen ist vielleicht euch auch mal aufgefallen. Also, zum Beispiel haben wir hier eine Chipspackung. Die Chipspackung kostet 99 Cent. Und jetzt, eine Woche später, dieselben Chips, auch für 99 Cent, aber fällt es euch auf, ein bisschen kleinere Verpackung. Ja, also hier nicht über den Preis geregelt, sondern über das Füllmaterial sozusagen. Ja, also weniger Gramm Chips, dafür derselbe Preis, ist auch eine Art der Inflation. Besonders ist mir das zum Beispiel mal bei M&Ms aufgefallen. Also, die Packungen sind einfach kleiner geworden, also weniger Gramm, selbe Preis, ja, gleichen Preis. Also, wenn hier oben M&Ms, 330 Gramm waren die alte Füllmenge und dann 300 Gramm die neue, dann haben wir eine Preissteigerung von 10%. Also, so kann man es natürlich auch machen. So, dann über die Geschwindigkeit. Und da gibt es verschiedene, ja, Einteilungen. Man spricht von, wenn es nur ganz, ganz leicht die Preise gestiegen sind, von der schleichenden Inflation. Wenn es schon, ja, eine ordentliche Preissteigerung gibt, dann sprechen wir von trabender Inflation. Und dann gibt es noch die galoppierende Inflation, also das ist dann schon eine höhere Preissteigerung. Und wir merken schon, wir sind hier im Bereich der Pferdewelt, traben, galoppieren. Und dann gibt es noch ganz, ganz heftig die Hyperinflation. Da ist Deutschland so ein gebranntes Kind. In unserer Geschichte haben wir das schon mal erlebt. Ich habe hier eine kleine Statistik rausgesucht. Hier, man sieht es, Deutschland, Wert einer Goldmark in Papiermark. Also Goldmark, Gold ist ja eine stabile Währung. Und wir können ja immer messen, okay, wie viel Euro, wie viel damals Papiermark, mussten wir aufbringen, um ein Stück Gold sozusagen, ja, uns kaufen zu können. Und da sehen wir 1923, wie das in die Höhe geschossen ist. Also wir mussten für, oh Gott, ich kann die Summe gar nicht aussprechen, für eine Goldmark, sagen wir mal 1922, mussten wir noch ungefähr so um die 100 Papiermark bezahlen. Und jetzt 1923, Ende 1923, da waren es dann schon, was ist das, eine Billion Papiermark. Ihr merkt wahnsinniger Preisanstieg, Hyperinflation. Ich habe hier mal so ein paar Bilder. Also man sieht es hier, wie hier Kinder damals Geld stapeln. Und man denkt ja so, sind die reich? Nee, die sind überhaupt nicht reich. Das waren vielleicht letztendlich, konnten die sich dafür, weiß ich nicht, zwei, drei Brote kaufen oder so. Also das Geld war nichts mehr wert sozusagen. Hier auch ein interessantes Foto, wo eine Frau Geld in den Kamin schmeißt, um quasi zu heizen. Ja, also wahrscheinlich war dann damals das Holz teurer, als wenn sie das Papier hier, das Geld verbrennen würde. Wahnsinn. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, will man sich auch gar nicht vorstellen. Also so eine Hyperinflation sollte natürlich ganz, ganz streng vermieden werden. Und ja, das versucht der Staat natürlich auch mit diversen Mitteln. Dazu wird es auch mal ein separates Video geben. Machen wir erst mal weiter mit den Ursachen. Also Inflation können wir auch nach den Ursachen einzahlen. Einmal gibt es die nachfrageinduzierte Inflation und die angebotsinduzierte Inflation. Da steckt ja schon das Wort drin, das eine ist Nachfrage, das andere ist Angebot. Ja, was könnte bei der nachfrageinduzierten Inflation, könnten da die Ursachen sein? Einmal haben wir die Konsuminflation, die Investitionsinflation, Staatsinflation und die importierte Inflation. Bei der angebotsinduzierten Inflation, da kann man folgende Arten unterteilen. Einmal die Kosteninflation, die Gewinninflation und Inflation durch staatlich administrierte Preise. Das Thema hatten wir ja gerade schon mal so angerissen. So, fangen wir mal erstmal an mit der nachfrageinduzierten Inflation und zwar mit der Konsuminflation. Das ist relativ easy. Also stellt euch vor, Privathaushalte, also wir weiten ihre Nachfrage nach Konsumgütern aus. Also wir haben einfach bei gleichbleibendem Angebot mehr Bock, Sachen zu kaufen. Ja, ich will die Cola kaufen, ich will die Chips kaufen. Ja, die Nachfrage nach diesen Produkten steigt. Ja, und dadurch steigen auch die Preise. Wenn die Nachfrage steigt, steigen die Preise. Ganz einfach, so funktioniert der Markt. So, dann haben wir die Investitionsinflation. Ja, es müssen ja nicht nur private Haushalte sein. Es kann ja auch sein, dass Unternehmen ihre Nachfrage nach Investitionsgütern ausweiten. Also die wollen mehr investieren. Die sagen, okay, wir wollen unser Unternehmen vergrößern. Wir investieren, wir kaufen jetzt wieder Maschinen, Bagger zum Beispiel und investieren ordentlich in unser Unternehmen. Und dadurch steigen natürlich auch die Preise nach diesen Gütern, nach Investitionsgütern. Also eine ist ja Konsumgüter, das was wir als Privatperson konsumieren. Und das hier sind Investitionsgüter. So, und dann gibt es noch die Staatsinflation. Was ist das denn? Das ist, wenn der Staat als Nachfrage auftritt und dies über eine geldmengenwirksame Verschuldung finanziert. Also ganz wichtig, der Staat sagt, jo, wir müssen auch mal wieder neue Straßen bauen, wir müssen neue Schulen bauen und nimmt dafür Kredit auf. Ja, oder druckt neues Geld sozusagen. Und ja, wenn dann ganz viel Geld auf dem Markt ist, ja, dann ist das Geld auch weniger wert. Stellt euch vor, heute hatten wir 100 Euro auf dem Markt und jetzt auf einmal 1000 Euro. Ja, dann kriegt man ja für seinen Euro nicht mehr dieselbe Summe wie vorher, weil einfach viel mehr Geld da ist. Also Geld ist ja ein knappes Gut, aber wenn ich neues Geld drucke, dann ist ja mehr Geld vorhanden und dann ist das Geld an sich weniger wert. Ja, also über die Geldmenge, Staatsinflation. Und deswegen kann der Staat auch nicht einfach unbegrenzt Geld drucken. Das macht keinen Sinn. Deswegen könnt ihr ja denken, ja, warum druckt der Staat nicht einfach neues Geld und zack, dann sind doch alle zufrieden. Ja, so funktioniert das aber nicht, weil dann das Geld einfach weniger wert ist und wir bekommen nicht mehr so viel für unser Geld. So, dann haben wir noch die importierte Inflation. Das ist dauerhaft Exportüberschüsse oder wegen Rohstoffabhängigkeit den internationalen Preisschwankungen ausgesetzt ist. Also das erste, diese Exportüberschüsse, stellt euch vor, wir verkaufen, das macht ja Deutschland, wahnsinnig viel Ware ins Ausland und bekommen dann sehr viel Geld aus dem Ausland. Das heißt, auch unsere Geldmenge steigt hier im Inland, weil wir ja Ware ins Ausland verkaufen. Die Ware geht ins Ausland und das Geld kommt ins Inland. Also mehr Geld wieder da und auch wieder hier wieder dadurch eine Inflation. Und einmal Rohstoffabhängigkeit, ja, Preisschwankungen. Stellt euch vor, was heißt stellt euch vor, das kennt ihr selber, ihr fahrt zur Tankstelle und seht auf einmal, oh, der Liter Sprit kostet jetzt 2 Euro. Das heißt, wir sind abhängig, wir können nicht unsere eigenen Rohstoffe unendlich hier produzieren, sondern müssen quasi aufs Ausland zurückgreifen, sind da abhängig. Und wenn die da in Saudi-Arabien und wo auch immer die Preise erhöhen, dann ja, können wir auch nicht viel dagegen machen. Wir sind abhängig und das trägt natürlich auch zur Inflation bei. So, das dazu und jetzt kommen wir zu der Angebotsinduzierten Inflation und da erstmal die Kosteninflation. Also Unternehmen geben gestiegene Produktionskosten ihrer Waren und Dienstleistungen an den Kunden weiter. Das ist ja klar, ja, also wenn die Kosten gestiegen sind, dann geben die Unternehmen das an die Kunden weiter. Das eine, was wir jetzt gerade besprochen haben, war ja Nachfrage. Jetzt geht es um das Angebot aus Unternehmenssicht. Und ja, klar, logisch, die Kosten steigen. Ja, die Unternehmen haben höhere Produktionskosten und dadurch steigen halt auch die Preise. Das merken wir natürlich auch tagtäglich im Supermarkt. Dann haben wir die Gewinninflation, also die Preise steigen, weil zum Beispiel große Unternehmen auf Märkten mit wenigen Anbietern, das kennt ihr, Oligopol, unter Ausnutzung ihrer Marktmarktpreiserhöhung durchsetzen, um ihre Gewinne zu erhöhen. Jo, kennt man auch, ne? Also klar, wenn wenige Anbieter da sind, aber viele Nachfrager, dann haben die Unternehmen eine gewisse Marktmacht und setzen dann Preiserhöhung durch. Man hat es ja auch ein bisschen so gemerkt, in Zeiten von Corona, wo man immer dachte, ja, ist das jetzt alles wegen Corona, diese Preiserhöhung oder einfach, weil die so eine Macht haben und auf dem Zug mit aufgesprungen sind und bestimmte Produkte, Produktpreise erhöht haben. Also auf so Märkten geht das, wo es halt wenige Anbieter gibt. Wenn es halt viele Anbieter gibt, ja, da geht man halt einfach zur Konkurrenz, weil die es vielleicht billiger anbieten. Aber bei wenigen Anbietern, ja, dann ist eine gewisse Marktmacht vorhanden. So, dann haben wir noch die sogenannte staatliche administrierten Preise, Entschuldigung. Das sind vom Staat festgelegte beziehungsweise beeinflusste Preise. Also wir haben es ja eben schon kurz angerissen, aber da müssen wir auch wen unterscheiden zwischen direkten, teilweise quasi oder indirekt administrierte Preise. Direkte administrierte Preise sind zum Beispiel Rundfunkbeiträge. Früher GEZ, ja, der ist 18 Euro noch was, der ist gesetzlich festgelegt. Das ist direkt vom Gesetzgeber so gewollt. Teilweise, ja, also teilweise staatlich administrierte Preise sind zum Beispiel in der Gesundheitspflege oder auch bestimmte Versicherungstarife, die all quasi auch bestimmt sind. Und quasi, ja, Benzin, Tabak, Alkohol, da legt der Staat zwar keine Höchstpreise oder so fest, aber er macht das quasi über die Steuern. Also klar, wenn die Steuern auf bestimmte Produkte erhoben werden vom Staat, und das ist ja bei der Tabaksteuer, Alkoholsteuer und beim Benzin vor allem auch der Fall, dann regelt der Staat oder lenkt der Staat natürlich auch da die Preise mit. Ganz spannend, was schätzt ihr denn, wie hoch ist der Anteil an Steuern beim Benzin, bei einem Liter Sprit? Also ohne Steuern und Abgaben wäre der Liter, das Liter, also ohne Steuern und Abgaben wäre der Liter super, fast ein Euro günstiger. Wahnsinn, also 40% sind ungefähr Steuern und Abgaben und das ist schon eine Menge. Ja, und dann gibt es noch indirekte administrierte Preise. Das ist zum Beispiel im Lebensmittelbereich der Fall, weil da einfach so viel reguliert ist, dass über diese ganzen Vorschriften und Bedingungen da auch eine staatliche Lenkungswirkung eintritt, was die Preise angeht. Und dadurch, dass man so hohe Auflagen erfüllen muss, ja, steigen natürlich auch die Preise. Gut, das dazu, dann haben wir jetzt noch Inflationsgewinner und Inflationsverlierer. Ihr fragt euch, okay, Inflation, ist es immer schlecht? Nein, es ist nicht immer schlecht. Es gibt Gewinner und Verlierer. Wer sind die Gewinner? Gewinner sind alle Schuldner, kann man schon sagen. Also, wenn ihr einen Kredit habt, ja, 100.000 Euro und jetzt kommt Inflation, euer Geld ist weniger wert. Ja, das heißt, die 100.000 Euro, die ihr gestern aufgenommen habt, sind heute nur noch 50.000 Euro wert. Ihr müsst das Geld ja zurückzahlen. Dadurch, dass das Geld aber weniger wert ist, ja, dann ist es nicht so schlimm. Man sagt zum Beispiel umgangssprachlich, wir kaufen oder ihr nehmt quasi gutes Geld auf und gebt schlechtes Geld zurück, sozusagen. Ja, also ihr erhaltet gutes Geld und gebt schlechtes Geld zurück. Das ist bei Schuldnern immer der Fall. Also, damals denkt man an diese Hyperinflation 1923. Die Leute, die damals einen Kredit aufgenommen haben, auf einmal, zack, seht ihr da, okay, Geld ist nichts mehr wert. Ja, dann kann ich diesen Kredit ja locker zurückzahlen. Dann der Staat. Also, auch der Staat ist Inflationsgewinner grundsätzlich, weil einerseits hat der Staat ja auch Schulden und die Schulden werden dadurch entwertet, genau wie bei uns normalen Schuldnern auch. Und andererseits nehmen inflationsbedingt und auch strukturell bedingt, also durch die Steuern, die Staatseinnahmen zu. Denn, wenn Inflation steigt, steigen auch in der Regel die Löhne, sogenannte Lohnpreisspirale. Die steigen vielleicht nicht ganz so stark, aber trotzdem. Und dadurch nimmt der Staat ja auch mehr Geld ein. Und die Unternehmenssteuer, die Steuern steigen. Und, ja, da hat der Staat eigentlich in der Regel schon was von. Das hat man ja auch gesehen in den letzten Jahren. Die Steuereinnahmen sind ja auch gestiegen. So, dann haben wir noch Vermögende Personen. Da muss man natürlich einschränken. Also, Vermögende Personen, richtig reiche Leute, die ihr Unternehmen in Sachwerten angelegt haben. Nicht Kleinsparer, wenn ich jetzt irgendwie 1000 Euro am Sparbuch habe. Aber Vermögen der Personen, also reiche Leute, die haben dann quasi, ja, Immobilien. Und Immobilien sind ja Sachwerte. Und da, die sind ja inflationsgeschützt. Das heißt, da steigen die Preise einfach. Das ist ja nicht wie Bargeld, das auf einmal weniger wert wird. Sondern die Preise für Immobilien, die steigen ja dann mit. Und von daher, ja, können die sich da etwas entspannt zurücklehnen. Anders, oder die Leute, die sich nicht so ganz entspannt zurücklehnen können, sind Gläubiger. Oder, also quasi das Gegenteil der Schuldner. Die Leute, die Geld geliehen haben, also Banken, die Geld geliehen haben. Die denken dann, okay, ich habe gutes Geld rausgegeben, kriege schlechtes zurück. Oder auch bezieherfeste Einkommen. Also, ganz normal Arbeitnehmer, Beamte, alle, die ein geregeltes Einkommen bekommen. Denn durch die Inflation wird ihr Geld weniger wert. Und die Löhne steigen in der Regel nicht so schnell an, wie die Inflationsrate. Das heißt, wir haben eine Inflationsrate von 10% angenommen, aber die Löhne steigen nur um 5%. Dann habe ich unterm Strich eine Inflation von 5%. Und genauso ist es auch mit Sparern und Kleinanlegern. Also, wenn die ihr Geld zur Bank bringen und legen das an aufs Konto, auf ein Sparbuch und kriegen da vielleicht 1% für. Mittlerweile zahlen ja Banken wieder Guthaben, Zins, aber manche auch immer noch gar nicht. Aber ich habe eine Inflationsrate von 5-6%. Habe ich unterm Strich ja auch eine Inflation, also einen Verlust. Gut, das war es zum Thema Inflation. Ein bisschen ausführlicher. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Herr Gerold. Tschüss. 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 Vielen Dank.